Hey Alter, warum soll ich denn heute bei so Nacht nicht um gar nicht dran? Es geht jetzt doch nicht darum, wer dran ist, sondern dass ich gerade ein Problem habe und dich um Hilfe bitten möchte. Ach so, na das ist das andere, schieß los. Ja, oftmals habe ich Probleme mit meinem Gegenüber und habe immer das Gefühl, ich erreiche den gar nicht. Oha, also, solange du von deinem Gesprächspartner als einem Gegenüber redest, hast du ihn gegen dich und du hast ihn über, du hast ihn über. Ja, wie soll ich das sonst sagen? Na, was ich sagen möchte, kommt bei meinem Gesprächspartner nicht an. Ja, das stimmt. Nein, ich meine doch, so sollst du das sagen oder in deinem Kopf denken. Gehe nicht von einem Gegenüber aus, sondern von einem Gesprächspartner. Das verändert bei dir schon einiges im Kopf. Ich werde das mal ausprobieren. Ja, bitte. Gute Idee. Namaste. Ja, findest du jetzt da auch schon mit an. Das andere war zu spröde. Ha, zu öde. Spröde. So, jetzt will ich wieder Tee trinken. Tschüssi. Ja, was? Ich fand auch mal Lust, einen Tee zu trinken. Ich dachte, du trinkst immer nur Kaffee. Nee, ich bin da ganz flexibel. Ja, so flexibel wie die Sprache. Nutze immer das Positive aus der Sprache. Gell? Ja. 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 Vielen Dank.